GERD ZUK, SOMEBODY IST MAKING MONKEYS OF US! THERE MUST BE ANOTHER RIDERS ROOM! Und kurz bevor es mit dem Video jetzt los geht oder weiter geht, ihr seht ja, dass ich hier so ein komisches Outfit habe, wo mir mein Oberkörper fehlt, also unsichtbar ist. Ich habe es jetzt noch nicht geschafft, das Jackett auch noch los zu werden, dass der ganze Oberkörper frei ist. Aus dem Grunde habe ich den Klitsch jetzt noch nicht hochgeladen. Falls ihr es aber trotzdem so haben wollt, sagt Bescheid, dann mache ich halt kurz ein Video darüber. Aber ich fand es nicht so spektakulär, dass es sich jetzt lohnt, ein Video darüber zu machen. Auf jeden Fall, was ihr jetzt machen müsst für die Fahrräder, da geht es hier erstmal ins Internet, dann Reisen und Transporte, Pedal & Metal. Und wählt das BMX aus. Geht es auf noch nicht bestellen, sondern schaut euch oben den Link an. Dann geht es hier wieder zurück auf Startbildschirm, Legendary Sports. Und dann macht ihr hier kurz einen Cut, weil es dauert immer so lange, bis es nicht so lange dauert. Und dann wählt ihr zum Beispiel rosa. Und dann geht es hier oben auf den Verlauf und schaut, hier haben wir es mit dem Fahrrad. Dann müsst ihr da draufklicken. Und dann geht es hier auf Bestellen. Dann Eclipse Tower. Und dann nehme ich am besten, ja, Platz 1 einfach zum zeigen. Und dann mache ich hier kurz einen Cut, weil es dauert immer so lange, bis das Fahrrad kommt. Und dann sehen wir uns gleich wieder, sobald es da ist. So, vor lauter Fernsehgucken habe ich schon ganz vergessen, dass das Fahrrad ja eigentlich schon da sein sollte. Und dann gucken wir mal gerade mal hin. Ah, Tatsache. Hier haben wir unser rosa eines Fahrrad. Ja, das war es auf jeden Fall mit dem Video. Ich hoffe es hat euch gefallen. Und wenn es so ist, dann lasst eine Bewertung da. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video. Tschau Jungs, haut rein, macht's gut, bye bye.